Ist Lumex wirklich 23? Viele Leute fragen sich, wie alt Lumex wirklich ist. Lumex sieht aus wie ein Kind und klingt wie ein Kind. Aber ist er denn auch noch ein Kind oder ist er wirklich 23? Um das herauszufinden, muss man schauen, wie Lumex vor ein paar Jahren aussah und klang. Denn wenn er sich deutlich verändert, also erwachsener aussieht, dann ist er offensichtlich noch ein Kind und wirklich so alt, wie man ihn einschätzt. In Aufnahmen von Lumex von über zwei Jahren sah er deutlich jünger und kleiner aus. Auch seine Stimme klang jünger. Ich würde sein deutliches Alter auf 11 bis 13 Jahre einschätzen. Das würde bedeuten, dass er jetzt 13 bis 15 Jahre alt wäre. Das kann gut sein. Wenn er 14 ist, dann wäre es logisch, dass er aktuell noch so jung klingt und teils nach Stimmbruch klingt. Wissen, wie alt er wirklich ist, kann ich natürlich nicht. Er ist allerdings auf jeden Fall nicht über 18, also auf gar keinen Fall 23. Wäre komisch, wenn doch. Abonnier, tschüss.